Und das ist nämlich jetzt das Flugzeug, das haben wir noch mal gesehen. Lass mal hinrennen! Lass mal versuchen! Nein, das ist nicht möglich, das geht nicht. Das haben die rausgenommen. Ach, das gab's mal? Ich glaube ja. Wurde mal in den Entwickler-Kommentaren erwähnt. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott! Nein, ich hab's nicht gesehen! Oh, ein Schaltpult. Hast du gesehen? War was besonderes? Nö, gar nichts. Gar nicht sehr gut. Hinter dir! Genau, hinter dir! Hinter dir! Oh! Hör mal, du kannst aber auch gar nichts heute. Nee, irgendwie gerade nicht. Oh, der hat kein Bein mehr. Uhuhuhu! Das ist aber nicht nett gewesen. Oh, wir haben aber viel. Ich würd sagen, wir gehen an den altbekannten Platz da hinten. Wie krieg ich denn jetzt da die blöde... Bin ich jetzt so doof, um da hochzukommen? Ah! Dazu sag ich mal nichts. Ah, okay. Wo tun wir denn hier die, machen wir die altbekannte Methode? Ja. Ich würd sagen, wir zeigen immer den Klassiker. Okay, hier tun wir dann immer schön die Sachen ja noch hin, ne? Haben wir noch was? Ja, aber hallo. Wir müssen reden! Ja. Wieso, was... Was haben wir denn angestellt? Ja... Das diskutier ich jetzt erstmal in meiner Gruppe aus. Ob wir uns jetzt da wirklich melden sollen. Ne Meute ist am kommen, glaub ich. Ja. 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 Öff. Ach. Ach. So. Haben wir alles? munition noch mal nehmen ich glaube eigentlich gedacht dass mehr rum liegt aber du hast ja ebenso viel versprechen ja stimmt hast ja gesagt ja aber wird doch etwas magerer naja hat ihr vielleicht nicht schlecht die habe ich sondern mach mal ich sollte dann eine libanen molly nehmen für den tank ja mach mal wo sind die denn weiß ich nicht egal zurück du bist aber einer sollte der molly nehmen ja wo sind keine ahnung super kann es sein dass keine da sind wo kommen sie denn kommen die auch mal zurück oder machen jetzt die ganze arbeit finde ich auch da hat bilder vollkommen recht so da kommt mal was mehr oder auch nicht ja wie ihr seht nehme ich auch ganz gerne mal scharf schützengewehr damit kann man auf die distanz natürlich wundersch wunderbar arbeiten zum beispiel solche piecher abknallen macht ganz großen spaß und da haben wir den tank kommt da denn ah da hinten da kommt jetzt gleich was wow das ist über uns weg geflogen das war es schon ja da hinten ist ja wie ist zoe auf die andere seite gekommen kannst du mir das mehr sagen nein ich will auch auf die andere seite das gemein also normalerweise ist wirklich interessant also normalerweise kommt man doch nicht rüber oder nein aber das möchte ich auch wo du brauchst ein bisschen hilfe kann das sein was war es schon ja ich war gerade im anschlag ja aber was ist das denn ich möchte auch dahin das ist doch gemein soll nicht rum hier das ist unfair bots haben mehr äh dingsbums hier mehr rechte als wir das gibt es doch nicht ich glaube die ist da eh illegal eingewandert achso jetzt habe ich schon wieder keine Muni jetzt kommt der tank ne äh wenn jetzt gleich der tank kommt dann gehen wir eh einmal kurz vorne hin zu dem zum munitions verrat ich will einfach mal die spannendere variante du kannst übrigens oder brauchst du auch muni munition ich wollte eigentlich gleich erst gehen ja ich habe die spannendere variante mal gewählt ja das sagst du jetzt schon weiß ich nicht wie lange immer wann ist er denn jetzt endlich voll der tank wo da hinten und ich mag es nicht wenn man nicht sieht wo der tank kommt da der ist so laut aber ist noch so weit weg wow das war knapp der brennt läuft da durchs feuer wie doof kann man eigentlich nur sein so ich glaube das flugzeug ja wow Hilfe jo ah das ist ein smoker sag doch was junge 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 ja ich dachte das wäre nur die meute gewesen das wusste ich jetzt nicht was für ein oh bevor ich dir nochmal helfe ich würde sagen ihr haut ab gut okay das war jetzt knapp da kam nämlich der tank kurz um die ecke ich habe ihn gesehen bist du jetzt da noch ich bin gestorben oh passiert bisschen schwund ist immer aber wir starten yay ab in die ferien ja ich möchte die schütte sich glaubt gar nicht sehen der arme ja wieso wo kann es gehen wieso willst du dich nicht sehen schlecht wie lange haben wir da gebraucht ach 38 minuten ging doch oder das ist ganz okay guck mal ich bin keinmal gestorben ja ich jetzt und ich war auch kein wow was hast du gemacht was ich hab nur einen Verbandssack verbraucht einmal die einmal die witch auch gestorben rohrbomb hast du mal wieder richtig schön zugeschlagen ja oh buber hab ich ein paar oh smoker auch ach guck mal so viel schaden hab ich gar nicht erlitten geht ja noch ach guck mal einer an wer da am wenigsten schaden erlitten hat hier ich hab fast ich hab 200 infizierte mehr als du du hast zweimal die witch gestört mhm das eine mal ist es gut ausgegangen oh genau ich kann insgesamt aber da sind wir beide gleich ach ich bin aber bei der kopfsch- äh bei den kopfschützen bin ich besser als du iiiiihihi da freut mich ja genau ja genau ja genau ja genau Vielen Dank.